So, liebe Freunde, ein kleiner Zwischenstand. Heute mal kein Carstrip, sondern wir schauen mal nach, wo wir mit dem ganzen Zeug hin sollen, weil ich habe einfach keinen Platz mehr. Vieles wird dann später oben auf dem Speicher sein, aber ich habe einfach keinen Platz mehr. Deswegen möchte ich hier jetzt Regale hinmachen. Ich habe auch jede Menge Holz da. Landen sind auch jede Menge da. Würde ich sagen, fangen wir an. Heute mal ein bisschen was anderes. Bis zum nächsten Mal. 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 Wow. Bis zum nächsten Mal.